Hallo, heute mal ein Video in eigener Sache aufgrund einiger Kommentare und Mails in der letzten Woche. Somit hat dieser Kanal jetzt offiziell auch ein Gesicht. Was ich jetzt sage, gilt sowohl für meine Röhrenwebseite als auch für diesen Kanal. Alle Kosten werden von mir privat getragen ohne übliche Werbeeinnahme. Auch produziere ich in meinem Arbeitszimmer und Museumszimmer, das heißt ich habe kein eigenes Studio. Diese Zimmer sind auch nie dafür geplant gewesen, als Studio genutzt zu werden. Ich habe keinen Sponsor, weil ich bin kein Influencer. Und wenn ich ehrlich bin, will ich auch keinen Sponsor haben, nur um alle drei Minuten sagen zu müssen, Webseite X ist toll, Produkt Y ist noch toller, Z ist supergeil und es nervt, um es mal gelinde und jugendfrei auszudrücken. Dieser Kanal und die Webseite bestehen oder entstehen aus Interesse an einer Sache. Das ist alles. Die Videos sind mit Sicherheit nicht perfekt. Alles ist eine One-Man-Show und ich muss die Kamera kontrollieren, Fokus, Zoom, Lichtreflektionen und Spiegelungen ausweichen, das Objekt selbst präsentieren und gleichzeitig labern. Wobei das ein nettes Stichwort ist, nämlich meine Stimme. Es ist alles amtsbekannt, alles richtig, nur ist es nicht zu ändern. Leider. Für die Zukunft ist noch einiges geplant, trotz aller Imperfektionen, die wohl bleiben werden. Themenbezogene, längere Videos und um direkt zu beruhigen, mit Stativ. Die Themenauswahl in diesem Kanal ist wohl etwas gewöhnungsbedürftig zugegeben. Aber die Welt besteht nicht nur aus heiler Welt, Verschwörungstheorien und den täglichen Nachrichtenwahnsinn. Sinnvolle Kommentare und Mails werden wie immer beantwortet, wenn auch vielleicht nicht direkt und sofort, aber sie werden beantwortet und Anregungen sind natürlich immer gerne gesehen. Ich hoffe, für jeden ist was dabei, beziehungsweise wird was dabei sein und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis bald.